Mein Name ist Konstantin Schuck. Ich bin Inhaber der Firma Autodienst Schuck in Obern-Jesa. Fehlt Ihrem Auto auch das hier? Das sind die Ultraschall-Sensoren für die Einparkhilfe. So wie an diesem Auto. Es piept nicht beim Rückwärtsfahren. Bei vielen Autos wird das heute erwartet. Wenn Sie sich ärgern, dass Ihr Auto das nicht hat, dann können wir weiterhelfen. Es gibt verschiedene hochwertige Nachrüstlösungen für Einparkhilfe. Sprechen Sie uns an. Firma Autodienst Schuck in Obern-Jesa.